Es gehen immer zwei Partner zusammen und wir backen heute Pizza. Als erstes wird der Teig geknetet. Danach wird der Teig schön dünn ausgerollt. Der Pizzateig wird jetzt mit Tomatensauce bestrichen. Jetzt belegen wir den Teig mit Salamischeiben. Wir bestreuen jetzt die Pizza mit Käseraspel. Jetzt kommt die Pizza in den Backofen. Wir reiben ganz schnell unsere Handinnenflächen zusammen und legen unsere Hände auf den Rücken. Jetzt kommt die Pizza in den Rücken. Jetzt kommt die Pizza in den Rücken. Sehr beliebt ist zum Abschluss die Igelballmassage. Man massiert als erstes die Arme. Rollt den Ball von unten nach oben. Jetzt kommt die Pizza in den Rücken. 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 Jetzt geht man zu zweit zusammen. Ein Partner legt sich auf den Bauch und der andere massiert den Rücken. Wichtig ist dabei immer neben der Wirbelsäule zu massieren. Untertitelung des ZDF, 2020